Hallo, mein Name ist Maximilian Kessler. Ich bin 400m Sprinter. Bis letztes Jahr war ich noch 100-200m Sprinter. Ich grüße euch recht herzlich aus dem Trainingslager. Das Trainingslager in Portugal war recht gut. Wir waren zwei Wochen in Montegordo. Die erste Woche hatten wir wirklich schönes Wetter und konnten super trainieren. Auch die zweite Woche war gut, aber leider hatten wir etwas Regen und kältere Temperaturen. Aber es hat uns nicht gehindert weiterhin fleißig zu trainieren. Das hat alles gut geklappt. Ausflüge haben wir leider keine groß gemacht. Aber einen Tag waren wir Go-Kart fahren und hatten wirklich alle viel Spaß. Wie schon gesagt, ich gehe auf die 400m Sprinter und da wurde das Training ein bisschen umgestellt. Das ist, wie gesagt, etwas härter als der Kurzsprint. Da sind mehrere Trainingslager, wo man an seine Belastungsgrenze gehen muss. Aber ich bin optimistisch, was die Sommersaison angeht. Ich bin jetzt gerade in Südafrika mit dem 400m Bundeskarte und trainieren jeden Tag zweimal. Und morgen machen wir auch einen Ausflug. Also unternehmen hier auch ein bisschen was. Haben alle viel Spaß. Und danach weiß ich jetzt noch nicht genau, wo ich starten werde. Aber das werde ich alles mit meinem Trainer besprechen. Am 30. und 31. Mai ist es dann in München ein wichtiger Wettkampf, wo alle 400m Läufer starten müssen. Eine Woche später in Regensburg. Also, dann wünsche ich euch schöne Grüße hier aus Südafrika. Und euch alles Gute. Seid fleißig, bis dahin. Ciao, ciao.